F10 ja, F10 ja, und das ist mein Freund, wir machen heute ein Deathmatch, ne? Wuhuu, oh! Wir werden ihn kriegen und nehmen wir ihn in den Arschbitten, na ich jetzt... Hab ich schon alles gesagt, du Mastankräherr? Keine schlimme... Vielleicht haben wir Kinder als Zuschauer? Nimmst du... Bis Level... Bis Level 5. Nein, Level 4, du Loser. Schaut hin! The Bleach is 24, Level 4, Silber Dummy bin ich, ist Level 6. Also wer ist hier die Höchste? Wer ist höher? Wer ist hier höher? Und der ist tot. Weil ich ein Headshotter bin. Du wirst ja... Hau die Treppen zugeben, das ist böse! Die Treppen sind böse! pffrrr! Jajaja! Ein Spickatischer. Ein Spieler. Voll der Denker. Wie ihr wisst, The Bleach ist ein großer leidenschaftlicher Kletterer. Warte, der ist irgendwo am Klettern. Der hängt hier irgendwo rum. Machen wir mal, wir hängen ab. Wo hängt der denn? Du Hänger. Was ist das denn? Ne, jetzt hab ich den. Ach da. Haha, Beef Battle. Aber Leon, äh, aber Splitch. Ich weiß nicht, ob das betont ist, wenn wir das aufnehmen. Nein, Leon, das ist kein Let's Play. Meine Güte, Let's Playschen anders aus. Nö, nö. Bähdö, baby. Bähdö. 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 Vielen Dank.